Vermeintlicher Rassismus-Skandal in Berlin. Die Polizei soll Dilara, die Frau von Max Kruse, angegriffen haben. Und da wird man schon von Anfang an stutzig. Berlin? Polizei? Rassismus? Ich meine, die sind doch als bunte Truppe verschrien. Ja okay, muss ja nicht heißen, dass man nicht trotzdem rassistisch sein kann. Aber Leute, die sich ein bisschen im Trash-TV auskennen, kennen auch die Frau von Max Kruse. Also die Dilara. Und mit der ist auch nicht unbedingt gut Kirschen essen, wie man so gerne sagt. Aber gut, was soll angeblich passiert sein? Auf Instagram soll es da ein Video geben, wo er sich mit diesen Vorwürfen an seine Follower wendet. Welches das sein soll, keine Ahnung, weil die Zeitungsartikel machen ja keine Quellenangaben. Und Max Kruse ist das Thema anscheinend auch nicht so wirklich wichtig. Irgendein Titel oder so auf der Grafik steht nirgendwo. Also muss man mit dem leben, was in der Bild-Zeitung steht. Und ob das immer so stimmt, ist auch nochmal so eine Frage. Jedenfalls sagt Kruse, sie hat eigentlich nur falsch geparkt. Dann aber kam die Fahrrad-Polizei vorbei und meinte, ein Thema aufmachen zu müssen. Und genau da fängt es an, merkwürdig zu werden. Nur mal so zur Erinnerung. Wegen Parkplatz-Streit ist dieses Jahr jemandem schon das Licht ausgeknipst worden. Und zwar auch in Berlin. Und zwar ein seit Jahren hart arbeitender afrikanischer Einwanderer, der von türkischen Einwanderern, naja, das Licht ausgeknipst gekriegt hat. Also diese Formulierung nur falsch geparkt ist schon ein bisschen lächerlich. Abgesehen davon, Falschparker sind Ursache von vielen Unfällen. Und ja, da gibt es Statistiken zu. Hab ich ja schon in Videos über den Anzeigen Hauptmeister erklärt. Jedenfalls ist Falschparken nicht einfach nur ein Kavaliersdelikt. Zu wenige Parkplätze, Streit um Parkplätze, Falschparken und so weiter und so fort, führt zu massiven Problemen in Deutschland. Aber naja, Leute, die ständig drangsaliert werden durch Dauerfalschparker, die werden ja gerne als Stasi verunglimpft. Und dass dann Max Kruse noch überheblich meint, Ja, dann kam die Fahrradpolizei, die meinte doch ein Thema aufmachen zu müssen. Ist eine Dreistigkeit, die seinesgleichen sucht. Also das klingt ja so, als sei man hier der Meinung, man hätte ein Recht darauf, falsch zu parken. Und damit andere Leute in Deutschland, ob nun mit oder ohne Immigrationshintergrund, zu belästigen. Also wenn, dann ist doch die Frage, warum müssen reiche Leute hier ein Fass aufmachen, sich daneben benehmen und dann rumjammern, wenn die Polizei sagt, du hier falsch parken, das geht nicht. Aber naja, in Deutschland wollen uns ja allerhand Reiche erzählen, dass sie eigentlich die armen Benachteiligten sind. Als nächstes jammert Kruse rum, dass die Polizei seine Frau gefragt hat, ob das ihr Auto ist. Und dass die Polizei überhaupt diese Frage stellt, soll ein Fail sein. Wo ich mir denke, hat dieser Typ überhaupt null Allgemeinbildung? Den Käse fragt die Polizei immer. Ja, es wirkt lächerlich, wenn bei zum Beispiel so einer Autobahnkontrolle die Polizei den Führerschein in der Hand hat, durchblättert und die komische Frage stellt, ist das ihr Auto? Wo sich die meisten immer denken, ja, ich meine, ich sitze hier am Steuer, das wird schon mein Auto sein. Aber die Polizei muss eben sowas fragen, weil es verhält sich eben anders, wenn es das eigene Auto ist oder das von jemand anderem. Weil das kann ja auch sein. Übrigens, Versicherungen wollen das auch wissen, wer da fährt, wenn ein Schaden ist. Sind deswegen Versicherungen grundsätzlich rassistisch? Wahrscheinlich nicht. Nur geizig. Jedenfalls soll dann die Polizei auch noch zusätzlich gefragt haben, was muss man denn gemacht haben, um sich so ein Auto leisten zu können? Was dann für Kruse eindeutig Rassismus sein soll? Wo ich mir so denke, wie kann man nur so wenig Ahnung haben? Man wird doch mal hier bei Kabel eins dieses Polizeikontrollierzeug gesehen haben. Und ja, die Polizei verhält sich gerne großkotzig gegenüber harmlosen Bürgern. Und da wird genau so eine Frage ganz dreist gestellt und vor allen Dingen provokativ, um halt den harmlosen Bürger zum Ausflippen zu bringen. Um denen halt irgendwas anzuhängen. Denn wie wir ja wissen, die Polizei hat im Normalfall Angst vor echten Kriminellen und traut sich nicht hin. Während sie aber beim 0815-Bürger die Klappe weit aufmacht. Und den unnötig drangsaliert. Und ja, das macht die Polizei ganz unabhängig von der Herkunft. Also ob nun mit oder ohne Immigrationshintergrund. Die Polizei führt sich so auf. Und je harmloser du aussiehst, umso überheblicher wird die Polizei. Und ja, ich hab da auch schon solche Erlebnisse. Mich hat die Polizei sogar richtig beleidigt. Aber abgesehen davon, wer mit nem teuren Auto falsch in Berlin parkt, könnte jemand von der organisierten Kriminalität sein. Und zwecks Geldwäsche in Berlin unterwegs sein. Aber so weit muss Max Kruse natürlich nicht denken, weil ist ja nur Fußballer. Da ist das nicht so mit der Allgemeinbildung. Aber dennoch, die Frau von Max Kruse, das ist ne Kleene, das ist ne Dürre, die sieht natürlich hundertprozentig harmlos aus. Aber, das muss man an dieser Stelle sagen, aber diese Frau ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Wer wissen will, wie die Frau drauf ist, einfach mal Promi Big Brother die Staffel 2023 gucken. Also die vom letzten Jahr. Wo übrigens auch Matthias Mangiapane drinne war. Und wer den kennt, der weiß, das ist ne Krawallbürste. Und im Vergleich zu der ist der harmlos weggekommen. Und das muss schon was heißen. Wobei ich finde, der Mangiapane ist jetzt nicht so extrem schlimm, wie immer gerne getan wird. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls kann man in dieser Staffel immer wieder aggressives Verhalten von der Frau von Max Kruse beobachten. Der krasseste Fall war, wo sie aus dem Nichts einen anderen Mitbewohner mit einer Art, ich sag mal, Elbowdrop angesprungen hat. Also mit einem Ellbogen so ungefähr voraus und dann voll auf die Schulter von einem, der gerade auf dem Sofa saß. Das war dieser Zauberkünstler Philo Kotnik. Und das so völlig aus dem Nichts heraus. Und zwar mit vollem Körpereinsatz. Also sie ist mit der ganzen Wucht des Körpers drauf auf die Schulter. Und der hat natürlich gleich geschrien, aua, aua, ist rausgegangen und war natürlich stinkig und die Reaktion von Max Kruses Frau war, so nach dem Motto, was bist du denn für ein Waschlappen, was bist du denn jetzt sauer, das war doch nur Spaß. Nee, das war nicht Spaß, das war häusliche Gewalt. Die Presse hat natürlich darüber nicht berichtet, weil Gewalt durch Frauen, besonders wenn es kleinere Frauen sind, ist in der Gesellschaft völlig akzeptiert. So als Beispiel, ich erinnere mich von Proletopia, so eine Aussage, wo der was ähnliches beschrieben hat und Gewalt von solchen Frauen verharmlost hat. Und ja, ich kenne gewalttätiges Verhalten von kleinen Frauen, ob nun mit heller oder dunkler Hautfarbe, vom eigenen Leib her. Und ja, ich habe das auch zigfach beobachtet, wie besonders kleine Frauen, aber nicht nur kleine Frauen, Männern Gewalt antun, zum Beispiel die typische Variante ist, einfach mal so aus dem Nichts auf die Schulter hauen, wenn denen irgendwas nicht passt oder gegen das Beintreten vom Mann. Und üblicherweise kennen sich Täter und Opfer bei solchen Vorfällen, weil es sind meistens Bekannte der Frau oder es ist der eigene Mann bzw. Freund. Eine Gewalt, die in der Gesellschaft völlig akzeptiert ist, wo niemand was sagt, im Gegenteil, das wird öffentlich sogar noch verharmlost. Und man kann sowas auch, wenn man will, man muss nur darauf achten, in der Öffentlichkeit auch beobachten. Aber solche Fälle tauchen halt nicht auf in der Statistik, weil die werden gar nicht gemeldet, das wird gar nicht als Gewalt empfunden und gesprochen wird über sowas eher so gut wie gar nicht. Und was da hinter verschlossenen Türen noch abgeht, das will man erst gar nicht wissen. Kenne ich übrigens auch Fälle, wo eine Deutsche einen Mann mit Immigrationshintergrund, naja, mit Küchenutensilien bedroht hat. Und ja, es wurde auch stichhaltig. Oder sie ihn gegen die Heizung geschubst hat und er dann mit dem Kopf voll dran, alles voller Blut. Die Polizei kommt vorbei und nimmt ihn fest. Aber redet man in der Öffentlichkeit darüber? Nein! Weil Gewalt gegen Männer, das gibt's ja nicht. Aber okay, ich bin jetzt unnötig abgeschweift. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sind natürlich alles Beispiele. Das muss jetzt auf diese Max-Kruse-Frau nicht zutreffen. Aber das übliche gewalttätige Verhalten von kleinen Frauen, das sicherlich viele kennen, das konnte man bei ihr schon in der Öffentlichkeit beobachten. Und deswegen stellt sich die Frage, ob sie denn wirklich adäquat auf die Polizei reagiert hat. Ja okay, sich von der Polizei blöd anmachen lassen ist nicht die feine englische Art. Ich kenne das ja auch. Aber eine adäquate Reaktion ist, das Ganze mit Humor nehmen. Weil dann weiß im Normalfall die Pöbelpolizei auch nicht so richtig weiter. Weil man hätte ja sagen können, oh, war ich doof, hab ich Schild nicht gesehen. Ja, alles okay, ja, geben Sie mir einen Strafzettel. Danke für den Hinweis, nächstes Mal achte ich drauf. Und ja, so ein Auto, wenn Sie wollen, können Sie auch fahren. Ich erkläre Ihnen das. Hier meine Karte, Beratungstermin 1000 Euro. Da wäre die Polizei garantiert baff gewesen. Aber ne, aus unerfindlichen Gründen, die Max Kruse auch nicht näher beschreibt, ist die Situation völlig eskaliert. Denn heutzutage ist ja die schlaue Reaktion von Leuten, die was falsch machen, erstmal Handy zücken und die Polizei filmen, in der Hoffnung, die machen irgendwas falsch. Naja, das hat den Bullen nicht so ganz gepasst. Die haben der das Handy aus der Hand gerissen, sogar die Tasche weggenommen und warum auch immer ein Foto von der Kreditkarte gemacht. Vielleicht zur Personalienfeststellung oder es hat vielleicht wirklich was damit zu tun, dass die dachten, da ist Geldwäsche im Spiel oder so. Woraufhin dann Max Kruses Frau massiv protestiert hat und ihr Handy zurück wollte, um halt ihren Anwalt bzw. Mann anzurufen. Woraufhin die Polizisten dann schlauerweise sagen mussten, Wen denn Achmed? Was übrigens wieder für Geldwäsche spricht, weil Geldwäsche ist gerade aktuell beliebt von arabischen Clans aus dem arabischen Raum und natürlich auch aus hier Deutschland. Aber ne, das gilt hier natürlich wieder als Rassismus, weil die Bullen hätten wohl sagen müssen, wen denn Werner? Was dann aber sicherlich auch wieder Rassismus gewesen wäre, weil man dann sagen würde, Ja, warum müssen denn alle Anwälte oder Ehemänner Werner heißen müssen und weiße alte Männer sein müssen? Na jedenfalls hat dann aber die Frau von Max Kruse natürlich gesagt, Nein, Max Kruse! Und dann ist die Polente leise geworden. Also da muss ich sagen, da hätte ich ja gerne mal die Gesichter gesehen, die müssen baff geguckt haben, da müssen die Kinnladen runtergegangen sein. Übrigens der Vorfall ist vom 10. September. Und da muss man sagen, auch schon wieder interessant, wenn wir überlegen, hier letztens der TV-Koch, auf den ja ein Angriff verübt wurde und der brutal ausgeraubt wurde, da wurde mehrere Monate über den Fall geschwiegen, während man hier nichts besseres zu tun hat, als sofort an die Öffentlichkeit zu gehen. Also wenn man mich fragt, klingt das ja alles auch nach einem rassistischen Verhalten. Wenn Promis Sachen für ihre eigene positive Außendarstellung ausschlachten können zum Thema Rassismus, dann wird sofort was gesagt. Wenn aber brutalste Gewalttaten passieren, wo die Täter keine Weißen sind, dann schweigt man sich aus. Aber hey, ist bestimmt kein rassistisches Verhalten. Übrigens, was ich mich noch so frage ist, wenn doch Max Kruse ein Problem mit Rassismus hat, warum stört es ihn dann nicht, dass im Security-Bereich, also bei den Sicherheitsleuten, haufenweise Leute für einen Hungerlohn eingestellt werden, die einen Immigrationshintergrund haben, damit eben die Top-Spieler, ob nur bei der Fußball-EM oder wo auch immer, richtig viel Kohle verdienen können, während solche Leute ausgebeutet werden. Wieso zählt sowas nicht als rassistisch? Und das ist ja sowieso ein aktuelles wirtschaftliches Phänomen. Der Bio-Deutsche und auch der schon länger hier lebende, der möchte er nicht die Hungerlohn-Jobs machen, weil da wirst du ja mies behandelt und mies bezahlt. Also studierst du lieber und versuchst was besseres zu kriegen, während man aus verschiedensten Ländern, ob nun Polen, Bulgaren, Tschechen und so weiter und so fort, natürlich hier auch massenhaft aus dem arabischen Raum, Leute erholt, die für einen Hungerlohn arbeiten sollen. Und das verkauft man ihnen noch als das große Glück in Deutschland machen. Obwohl wir ja schon seit zig Jahren wissen, dass das nicht so ist. Beispiel wären ja hier bulgarische Arbeiter, die in Schlachtbetrieben für Hungerlöhne da Akkordarbeit machen müssen und dann wird man bei dem Hungerlohn noch abgezockt. Und bei Paketdienstfahrern ist ja sowas aktuell auch zu beobachten. Oder wo man aus Brasilien Mediziner nach Deutschland holt, deren Abschlüsse nicht anerkennt, so dass die denn als Pflegekräfte arbeiten sollen und so man aber den Brasilianern die Ärzte entzieht. Ähnliches Beispiel in Bezug auf Vietnam. Leute, die geplant haben Medizin zu studieren, kommen lieber als Fleischerei-Fachverkäuferin hierher, weil man da besser verdient und dann Kohle in die Heimat schicken kann. Aber hey, sicherlich nicht rassistisch, anderen Ländern die Ärzte zu klauen, damit die hier was Mieseres arbeiten, als sie eigentlich im Heimatland könnten. Dass das auf Kosten von kranken Leuten geht, wen interessiert das denn? Trotzdem erzählen grüne Politiker weiterhin das Gegenteil und wollen massenhaft solche Leute hierher holen. Damit die Wirtschaft die systematisch ausbeuten kann. Und das ist denn in der grünen, utopischen Weltvorstellung Made by Vielfalt, made in Germany. Nee, das ist made by Reiche und made by Geldgier. Ja, und das sind die armen Leute, die ja die großen Leistungsträger in Deutschland sind, die ach so viele Steuern gar nicht zahlen sollten und dürfen, weil dann wandern sie ja ab. Wo ich mir sage, ja tschüss, geh doch. Und da sind völlig überbezahlte Fußballspieler im Vergleich eigentlich nur ein kleines Licht. Aber stecken in diesem rassistischen System mit drinne. Und alles nur, weil wenige Leute utopisch reich werden wollen auf Kosten vieler armer Leute. Mit der absurden Behauptung, na für Security und so, da muss man ja groß nix können, das kann ja jeder. Da muss man jetzt nicht so viel Geld für zahlen. Ähnliche Argumentation bezüglich Kellner oder Putzfrau und so weiter und so fort. Ja, es sind immer die Jobs, wo richtig gearbeitet werden muss, die als Arbeit für Dumme gilt, die man nicht adäquat bezahlen muss. Aber Fußball spielen kann doch auch jeder, so kompliziert ist das nicht. Und Fußballspieler sind ja auch oft nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte. Also könnte man die doch mit der gleichen Argumentation auch mies bezahlen. Aber gut, so weit denkt man nicht. Oder sagen wir es mal so, wann setzen sich denn Reiche ernsthaft für die unterdrückte Bevölkerung in Deutschland ein? Die unter anderem aus rassistischen Motiven unterdrückt wird. Weil man der Meinung ist, irgendeinen Dummen findet man ja im Ausland, der das für einen Hungerlohn macht. Aber leider fällt mir da kein Promi ein, der dieses Thema mal anspricht und erst recht nicht Max Kruse. Also der ist mit sowas noch nicht aufgefallen. Jedenfalls mir nicht. Solche Leute reden lieber pauschal über Rassismus und reden auch gerne vom systemischen Rassismus, der durch das System bedingt ist. Das aber Triebfedern dieses Rassismus, dieses Systems, der sowohl die mit als auch ohne Immigrationshintergrund trifft. Ja, das will man dann nicht sagen. Rassistisch sollen immer die anderen sein. Man selber natürlich nicht. Und wenn es einem dann gerade mal in den Kram passt und irgendwas passiert ist, dann dreht man sich das natürlich so hin, dass die anderen auf jeden Fall Rassisten sein müssen. Wie zum Beispiel in diesem Fall die Berliner Polizei. Selbst dann, wenn es die Möglichkeit gibt, das anders zu sehen. Aber wird die Presse sagen, naja, man kann das auch so und so sehen? Nein. Die Rassismuskeule wird geschwungen und man macht das zum Riesenthema. So als würde Deutschland nicht gerade in einem riesigen, gigantischen Gewaltproblem ersticken. Und ja, wie ich das in anderen Videos ja auch schon faktisch belegt habe, Opfer sind hier überproportional Leute ohne deutschen Pass. Besonders bei solchen Fällen, wo es um das Leben der Leute geht und wo bestimmte Küchenutensilien eine Rolle spielen. Aber über die Würde des Menschen in Zusammenhang mit sowas, darüber wollen grüne Politiker, wie zum Beispiel Ricarda Lang, nicht sprechen. Aber solch ein Schweigeverhalten solcher Politiker wird nicht als Rassismus gedeutet. Nein, natürlich nicht. Auch, dass solche Politiker massiv schweigen zu dem aktuellen Gewaltproblem in Deutschland, ja, das ist auch kein Thema. Wo sich Leute schon nicht mehr auf die Straße trauen und traumatisiert sind, Panik schon haben, wenn sie an der Supermarktkasse stehen und denken, gleich passiert was, gleich passiert was. Wo sich durch sowas natürlich nicht nur Traumatisierung breitmacht, sondern bei vielen Leuten auch ein gewisses Gewaltpotenzial potenziert, was aktuell noch ihren, ja, ich sag mal sozusagen, die machen sich im Internet ihrem Ärger luft. Aber was ist, wenn sich das mal dreht? Und wir haben ja schon in anderen Ländern gesehen, zu was das führen kann. Also gab es schon Fälle in Frankreich, in England, in der Türkei. Aber wird deswegen adäquat über das Thema gesprochen? Nein, Schuld sind, wenn dann, wie wir in England sehen, die Rechten. Während die rassistische Politik von Linken und Grünen dieses Potenzial erst aufmacht. Aber hey, wenn dann irgendwas passiert, dann ducken sich die entsprechenden zum Beispiel Grün-Politiker weg, wie im Fall Solingen. Ja, die entsprechende Verantwortliche, Josefine Paul von den Grünen, duckt sich da weg. Und Rücktritt oder so? Puh, nein, man hat ja alles richtig gemacht. Aber hey, hat ja nur das Leben von Bürgern mit Immigrationshintergrund und ohne gekostet. Und naja, Leben sind halt nix wert in der ach so schön vielfältigen Welt der Grünen und Linken. Aber hey, warum über dieses und andere Probleme sprechen, wenn man sich doch lieber darüber aufregen kann, dass man, weil man falsch geparkt hat, blöd angemacht wurde von der Polizei. Und das sei ja was, was ein Riesenskandal ist und überhaupt nicht geht. Und da muss jetzt wirklich mal was passieren.